Profi Eishockey ist Präzision, Zuversäßigkeit und Hochgeschwindigkeit. Der Lohn ist bekannt für eine starke mittelständische Wirtschaft und natürlich Eishockey. Südwestfalen zeichnet sich aus als die drittstärkste Wirtschaftsregion in Deutschland. Unser Sponsorenpool besteht aus 160 Unternehmen, hier hauptsächlich aus der Region. Wir freuen uns mit TDE aus Dortmund ein neues, großartiges Mitglied für unseren Sponsorenpool gewonnen zu haben. Mein Name ist André Engel, ich bin der Geschäftsführer der TDE Transdata Elektronik GmbH. Hochgeschwindigkeit ist unser Tagesgeschäft. Unsere Sponsoren macht aus, eigentlich das gleiche wie unser Team, diese Verbundenheit und diese Emotionalität, mit der wir alle an diese Sache rangehen und diese Sache Eishockey leben und lieben. Der Reiz am Eishockey ist, dass Eishockey ein sehr schneller Sport ist. Da unsere Verkabelungssysteme für Highspeed-Datenübertragungen gebaut werden, passt das natürlich hervorragend zusammen. Wir begrüßen TDE als neuen Sponsor bei den Iserlohn Roosters. Wir möchten gemeinsam Schnelligkeit, Präzision und Zuverlässigkeit in der Zusammenarbeit leben. Wir sind die Roosters aus Iserlohn und hier wird auf höchstem Niveau Eishockey gespielt und vor allen Dingen gearbeitet. Es ist uns eine große Freude, ab sofort Sponsor der Iserlohn Roosters zu sein. Wir sind wiederholte dich, Curnsinn und zu studen.